Aha, okay. So, jetzt können wir nochmal zum Spiegel laufen, oder? Jetzt ist er nämlich, wie sie heißt. Damit wir vielleicht den Rest des Körpers finden oder so, keine Ahnung. Was ist denn das für ein geiles... Was ist denn da hinten alles? Ist das das Schwert, das im Stein steckt von Excalibur hier, Arthus? Das sagt mir nix, das könnte ein Arm von Megatron sein oder so. Hm. Hm. Okay, so, jetzt hier aber mal. Use with tarot card? Hm. Okay, da kann es auch nichts dazu sagen, aber wir können nochmal fragen. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Das hatte sie, die Fates auch gesagt, in der ersten Folge, die Lips are sealed. Also, die sind verschlossen, die Lippen. Hm. Faiths Vater, Prinz Lawrence. Oh, ich seh da Blut. Was hat er da gemacht? Wo ist das? Wo ist was? Weißt du, wo Prinz Lawrence lebt? Wenn er Prinz ist, ist er wahrscheinlich in den Süden. Ein gelbes Gebäude, rotes Schuttern. Roten Fräume. Ja, das ist der. Ich kann uns da nehmen. Sollten wir wohl hin, wenn das blutige Messer da ist. So, Faiths Faser. Oh, der ist wohl tot. Okay. Da mal ab dahin. Oder wir gehen erstmal ins Telefon. Wir müssen das hinbekommen. Hallo, Woodlands Business Office. Ja, ich... Er ist. Hold on. Bigby. Es ist für dich. Bigby! Es ist mir, Toad. Du da? Ja, was geht ab? Bigby! Shit! Das ist mir, was geht ab? Es ist mir, dass ein Mann da drüben geht, die all die Wissmanns-Things. Geh auf hier, Bigby, bevor er... Oh, was? Hang on. Okay, was geht denn da ab? Also ich will erst zu Toad gehen. Nachher ist er auch tot. Arme Frosch, Kröte, was auch immer. Ladies first. Schneewittchen und der Bösewolf. Er ist zu Toad. Nein, er ist Toads Apartment. Toad klingt, wie er jetzt Hilfe braucht. Wir können auf Prinz Lawrence abdecken. Würde ich auch sagen. So. Was geht denn da jetzt wohl ab? The Frog or the Prince? Errungenschaft freigeschaltet. Hippie, hippie. 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 And we ended up going out the window and I landed on Toad's car. You guys made a real mess. Yeah. Looks worse than the day. Hm. Is somebody up there? Scheinbar wohl. Oh. Jetzt habe ich nichts gesagt. Wait here. Wer könnte das sein? Hallo? Keiner da. Sehr gut. Wer ist abgehauen? Hm. Kann ja nicht sein. Das nennt sich nach Froggy. So. Ist da was hinter dem Ding? Ne. Haha. Wie wir ja alles zerstört haben. Sag mal hier. Was ist das? Na. Ich dachte, da ständt was. Sonst hier noch irgendwas, was wir entdecken können? Ne. Das braucht er nicht. Er musste Holz schlagen können. Das ist noch ein tiefer Fall gewesen. Aua. Das ist der. Tja. The Woodsman tut sowas. So. Jetzt hier mal raus. So. Was ist denn jetzt mit Toad hier? Los. Warum meint denn da jemand? Hm. Gehen wir mal hin, oder? Natürlich. Rainer. Das war's. Was passiert hier? Warum weint das Vieh? Toad, warum bin ich jetzt hingekommen? Du kam all the way here for nothing. Somebody was in your building. This is for your own safety, Toad. You called us, remember? Yeah, yeah, I know, and I appreciate it, mate, but... Fine, relax. We'll be out of here in a minute. I just want to check things out first. All right, all right. I just don't want to waste your time, is all. Have a seat. Have a cup of tea. Oh, wie süß. Irgendwie sehen... Irgendwie sehen die alle komisch aus. Die Frösche. So. Was zur Hölle ist jetzt hier passiert? Warum liegt da was auf dem Boden kaputt? Ja, ja. Der verschweigt mir noch. Ja, ha, 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 ha. Wenn das Ding nicht im Stecker drin war. Der muss ja hier rumgeflogen sein oder sowas. Du blöde Scheißkröte. Jetzt sag mir, was hier passiert ist. Aha, und warum ist hier Blut? Natürlich. Natürlich. Radkappen. Das ist ja auch was Schönes, was man sich über einen Kamin hängt. Mega geil. So, warum ist hier so Blut dran? Was passierte hier? Ja. Es gibt mehr Blut hier. Oh, das Pogger? Ja. Was ist passiert? Oh, das ist... Das ist wie es passiert, nicht wahr? Ich war... Ich war Pogger in die Köln und es hat ein bisschen verletzt. Ich habe in meine Fuß wie ein Seashell. Wie ein Scheiß-Geräusch. Wenn du etwas sagst, dann schiefst. Wait. Du hast es auf dein Fuß? Du hast mir gesagt, dass du deine Hand hast. Natürlich. Sehr zufällig. Er verarscht doch einen wie sonst was. Ich denke, jemand wurde attackiert. Natürlich nicht. Mongo-Kröte, erzähl mir was. So, was ist hier? Im Fenster. Ist der da abgehauen etwa? Aha, Kratzspuren. Was ist denn da? Was ist denn da? Wenn es blöd ist, dann wissen Sie, was passiert. Nein, es gibt Marks hier auf der Fenster. Und was ist das? Kein reale Grund. Juste letzte Nacht, als ich rausgehebte, ich war in einem sehr schrecklich Dizzy, Mann, wie du bist. Und ich blöd, vergessen habe die Chancen zu diesem Ort. Aha. Mit Sicherheit. Außer ich sehe jemand eingebrochen, oder was? Sieht zumindest stark danach aus. Was haben wir hier? Da liegt auch irgendwas drauf. Ach, da lag die... Da lag wahrscheinlich die Lampe drauf. Da passt die Lampe drauf. Die zerbrochen Lampe war da. Ja, ich glaube ihm nicht. Der Typ verarscht einen wie sonst was. So. Noch irgendwas? Nein! Ah, nicht da runterlaufen. Oder okay, ist hier noch was? Ne, schau. Monaco Grand Prix? Oh, guck mal, er ist Formel 1 Fan. Generell Autorennfahrtrund. Fahrrund. Fahrrund. So.